Ein zauberhaftes Venedig mit wenig zauberhaften Zwischenfällen. Brunetti, tun Sie, was Sie nicht lassen können. Der Plan ist fast perfekt. Davon stirbt man nicht. Das Erste präsentiert die 40 Licks World Tour 2003. Ein Karriereanwalt zurück in der alten Heimat. Einspruch für die Liebe. Im Oktober im Ersten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017